Du bist dran. Am Ende noch das Glück gehabt. Eieieiei. Eieieiei. Weißt du, dann sind die Leute wieder nur wie ich am verlieren bin, weißt du, aber das Gute sehen sie dann wieder nicht. Mann. Ich mein, du speicherst die Sachen, also können sie es alle nachschauen. Und das kommt auf jeden Fall auch ins Highlight, das ist ja ganz klar. So. Monster verdeckt. Karte verdeckt. Du bist dran. Scheiße. Junge, Junge. Natürlich das Begräbnis. Ole, ole, ole. Mein Bäumchen und ich sind schon ungeduldig. Ja, was bringst du denn? Ja, den doppelköpfigen Adler. Oh, den zweiköpfigen Adler. Den doppelten René. Und mein Wappenungeheuer Abba Conway. Oh, yes. Cheerio, mate. Okay, mate. Nein. Aber du greifst mich hier an. Na gut. Das ist mein Herz. Oh, ich hasse dieses Deckel einfach. Und wenn Herz. Dass der immer irgendwas noch hat für mich in die Gegend. Das nervt. So wird das Spiel gespielt. Ah, für gleich. Oh. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Ja, gut. Okay. Duro. Dann. Spezialbespüre ich. Du, du bist geiler. Ah, da habe ich noch. Natürlich. Normalbespüre Server 3. Was darfst du eigentlich nicht? Ich glaube, Karten ziehen. Das darf ich leider nicht. Das kann nicht sein. So, das Überlagerungssystem aktiviere ich jetzt. Das Überlagerungsnetzwerk. Ach, Netzwerk. Genau. Das ist ein Netzwerk. Ein Netzwerk. Und da kommt. Ja, stimmt. Spider-Man? Nova kommt. Nova kommt. Wir wollen kein Nova mehr. Unendlichkeit? Sowieso nicht. Lass ihn am besten gleich im Depp zu. Hier kommt Unendlichkeit. Achtung. Genau. Sehr gut. Hahaha. Das wollte ich gerade singen. Nice. Pass auf. Hier kommt Unendlichkeit. Und jetzt wird der Fakt aktiviert. Lang nicht mehr. Aber schon 12 Uhr mittags. Ich glaube, ja. Hm. Snacktime. So. Direkter Angriff. 2900. Belastend. Annulier mal. Oh. 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 Kampfausblender. Ja. Annulier ich. Verschwinde. Darf er natürlich. Natürlich. Leg den Zauberdrachen ab. Punchy Beatty. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ja. Verschwinde. Aua. 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 Ich hab mir erzählt, was er wollte. Karte verdeckt. Ah. Spezialbeschwöre noch mit Sabatrisystem. Dreh. Dreh dich. Die gerade abgelegt. Dönerspieß. Hier kommt Cyberdrache. Im anderes Modus. Dönerspieße. Dreh dich. Haha. Du bist dran. Was lächerlich ist. So lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Oh man leo. Oh leo. Ja. Du bist so viel heute in Russland oder was? Ja. Die kleine Weltreise hier. Und Leute. Ich kann nichts machen. Wuhu. 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 Was? Wie unnötig bist du denn? Ja. Kann ich annulieren, zerstören? Ich hab mich weg angreifen. Also so nice. Der ist sowieso gegangen. Oh oh. 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 Ist mir egal. Haha. Was? Haha. Surprise. Wenn der jetzt im Effekt hätte, dass der Worte zerstören könnte, so dann wäre es so gewesen von mir. Wappmunger Berners Falke. Haha. Alter, diese Namen. Haha. Haha. Okay. Ich ziehe. Ich muss das schon mal vorbereiten. Ich aktiviere Reparatur bei Stadt. Ah. Leute. 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 Die Leute. Von heute. Von morgen. Spiel mit Unendlichkeit. Haha. Das ist aber doch ein 3. Gut mischen. Brilliant. Oh. Und da kommt der nächste. Das ist aber doch ein nächster? Nee. 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 Jetzt guckt der neben Frank und erst mal Stan jetzt aufs Feld. Nee. Nee. Stimmt, den kastet auch noch den Jungs. Leute. Ich kann es nicht mehr sehen. Das fehlt. Das ist wie Balsam auf meinen Ohren, wenn ich das höre. Tja. Ja. Aber du gerade. Weißt du. Du hängst da wirklich am seidenen Faden. Hat keiner gesehen. Ja. Oh. Das ist so unfair. Man kann nichts machen. Was soll das? Ey. Das ist wirklich so. Haha. So war das gewesen. So war es. Ja. Ich muss hier noch was machen, bevor ich meine eigene Kater noch hierher. Die Geschichte, wie ich die Mutter kennenlernte. Oh. Matthew Maba. Ja. Ja. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Es ist so asozial. Es ist so dreckig. Ich. Nova greift. Nova greift an. Vier Tag. Oder auch nicht. Was ist das denn? Der Wappenwechsel. Annoliere dich. Oh nein. Was soll ich bloß tun? Spiegel. Spiegelkräfte. 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 In der Oper oder was ey? Ja. Für sie hier. Arbeitsrechter Schatten. keine triumphmusik ich weiß aber ich jubel wieder auf die nase bekommen aber das ist also wenn die leute mich fragen was kann ich am besten verlieren da kannst du es mir schwer machen mit deinen komischen karten ich habe mich eben aufgeregt weil du deine karte nicht vorliest und dann am ende gewinnt damit noch fast ja ja das ist halt unfair so ja ja Untertitelung des ZDF, 2020